ja er hat er uns hat er sich kommen zu der vorhanden auf dem halbster um mal wieder ihr kaufs ist jetzt die achte 90 euro genau wie viele folge auf jeden fall so nehmen wir einen screenshot machen und ja ihr könnt ihnen ein bisschen vor produzieren beziehungsweise ist es gerade um das heute Donnerstagabend und ich habe heute also freitag wenn ihr das Video seht leider ist es länger schule deshalb nehme ich das Video schon heute auf und deshalb wird es leider auch nicht so lange sein und ich konnte in diesem Video oder in dieser schicken runde Devrun oder kann ich einfach noch eine zweite mal so ein bisschen darüber reden weil es bestimmt einige interessiert ja äh Munty was hast du denn konkret eigentlich geändert an deinem Audio ja das Problem war ja vorhin dass ich ein Teil wirklich nur Stereo aufgenommen habe äh Ufa also äh Stereo aufgenommen habe und das ganze dann ans Stereo auch geändert habe und deshalb äh ja hat mich halt nur auf einem Wort zum Teil gehört weil ich äh hab das Mikrofon jetzt hier bei mir rechts von mir und nicht irgendwie ähm genau in der Mitte so dass es halt schön ähm ausgeglichen dann wäre wie es eigentlich normalerweise sein sollte und dabei äh ja ist uns ein bisschen scheiße rausgekommen zum Teil wo ich mich auf jeden Fall entschuldigen möchte nochmal bei euch ähm gestört hat das niemand denn irgendwie krass gehatet oder nicht es haben ein paar Diesteis gegeben auf die Videos die Mono waren kann ich aber auch total verstehen und nachvollziehen also ich bin jetzt nicht irgendwie böse an euch aber ich würde mich auf jeden Fall auch bedanken an die ganzen aktiven Zuschauer denn äh wir erreichen ja jetzt doch fast äh bei jedem Video die 100 Videoaufrufe und das ist ein sehr 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 großes Ziel von mir was ich wirklich schon ähm seit extrem langer Zeit mal verfolge einfach so 100 Videoaufrufe und das ähm egal bei welchem Video und ich glaube wir sind jetzt echt langsam an einem Punkt angekommen wo wir das schaffen und ähm ich werde auch immer wieder äh gefragt hey Mundi du hast ja irgendwie fast 2000 Abonnenten oder ich habe jetzt 2000 Abonnenten mittlerweile und warum hast du da so wenig Videoaufrufe und ja um das ganze mal klarzustellen an die Leute die mich halt vielleicht nur hier von YouTube kennen grundsätzlich bin ich ein Streamer ich habe aber zuerst mit YouTube angefangen und bin dann äh auf Twitch gekommen und auf Twitch gefannst mir einfach extrem gut und auf Twitch auch mit einer Weise äh mit einer Weise so 5000 irgendwas Follower und ja Twitch gefällt mir einfach und die meisten Abonnenten von YouTube sind dann einfach Leute die mich durch Twitch mal kennengelernt haben einfach auch ähm das man so zur Info nebenbei denn ja man weiss doch nicht richtig ob das die Leute überhaupt wissen und ich wollte es einfach auch mal noch ja ganz kurz gesagt haben auf jeden Fall wie gesagt wenn es jetzt noch ein Live-Zoom gibt heute Abend ähm Bro Checkt X mit äh äh Papa Platte Kroko K after Albert oder Mr. Kork keine Ahnung äh wenn jemand Bock hat oder so dann schaut doch rein ich kann nicht garantieren dass es einen Stream geben wird oh nice cool zweiter GG es wird äh ich bin mir nicht sicher ob ich einen Stream machen werde weil vielleicht auch noch mal ein bisschen vorbevollziehen ich hab nächste Woche einige wichtige Prüfungen aber ich möchte trotzdem in den Tagen ein Video bringen deshalb werden wir die Zeit nutzen und vorbevollziehen und deshalb würde ich auch sagen wir machen den Chat ja küsst mich drauf das sind 30 Tokens nice und ja auf Twitter kündig ich euch auf jeden Fall an wenn es einen Stream geben wird es wird am Samstag auf jeden Fall einen Stream geben am Sonntag ist bei uns Karneval da wird es vielleicht nicht unbedingt einen Stream geben ähm aber mal gucken ja ich will auf jeden Fall sagen Leute wenn es euch die Runde gefallen hat dann lasst auf jeden Fall einen Like da und wenn ihr noch nicht abonniert seid dürft ihr auch gerne abonnieren oder mal auf Deutsch vorbeischauen und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder und der Community Server der ist wahrscheinlich auch bald wieder online für alle die Fragen also ja ist ja bereits wieder online aber die Whitelist und so weiter das kommt auch bald also damit ist überall alles informiert für alle Leute die nicht auf Twitter aktiv sind ich habe jetzt alles mal versucht in einem Video zusammenzufassen weil es ist schon lange alles mal getwittert worden was ich jetzt gesagt habe äh aber ja ok bis dann Leute macht's gut und ciao auf